Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt zu Hause gegen den SV Elversberg mit 3 zu 2. Für die Elversberger ist das wieder sowas von bitter. Man hat riesen Chancen gehabt, hat aber zwar zwei Tore geschossen, aber zu wenig getan, um noch mehr nachzulegen. Und wenn man sogar in Führung lag und das aus der Hand gibt. Aber naja, beginnen wir mit dem Anfang. Kaiserslautern bekam einen Elfmeter zugesprochen, Kraus hat diesen verwandelt. 1 zu 0 für Kaiserslautern. Das war dann auch der Halbzeitstand. Der SV Elversberg hatte aber schon in der 1. Halbzeit große Chancen und kam sehr gut in die 2. Halbzeit rein. Es war Pfeil, der kurz nach Wiederanpfiff das 1 zu 1 erzielte und das ging auch in Ordnung. Und dann hat man das Spiel sogar drehen können. Schein hat in der 62. das 1 zu 2 erzielt und alles sah nach dem 1. Zweitligasieg für Elversberg aus. Denkste, man hat wieder den Ausgleich kassiert und hat einfach dann auch hinten raus zu wenig getan, also zu wenig Tore erzielt aus den Chancen. Ja, und so kassierst du auf einmal das 2 zu 2 durch Ache für Kaiserslautern. Elversberg hatte auch viel mehr Ballbesitz als Kaiserslautern, aber haben einfach nicht genug aus dieser Überlegenheit gemacht. Und dann war es am Ende Zimmer mit dem 3 zu 2, 79. Das war dann auch der Endstand bitter für Elversberg. Man hat nur einen einzigen Punkt aus 3 Spielen, obwohl man in den 3 Spielen super Leistung gezeigt hat als Aufsteiger. Das muss besser werden, aber erstmal Glückwunsch an Kaiserslautern, aber auch dort muss eine Steigerung her. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, Abonniere nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao. Wir hören uns im nächsten Video.